Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreamfall Chapters, ja, äh, von und vorweg erstmal ist ein bisschen sorry, dass das ganze Let's Play ein bisschen in den Stocken gekommen ist, ich bin nicht wirklich dazu gekommen, weiter aufzunehmen, generell, gar kein Let's Play Projekt und, äh, ja, mit dem Timen der Füllprojekte habe ich es dann auch nicht immer ganz rechtzeitig geschafft, und, äh, ja, jetzt habe ich wieder, äh, ein bisschen Zeit, mich um die ganzen Sachen zu kümmern, und genau das tun wir jetzt auch, so, wir suchen immer noch nach, äh, einer Spur von, äh, wir versuchen immer noch von Abby mehr bei Hannah zu erfahren, alles klar, ähm, Abby war ja, der, die das, die wir, die, war das die, die uns in dem, in dem, der, da aus der einen Lüftungsschacht entgegen kam, und dann in dem anderen verschwunden ist, äh, ich bin, gerade ein bisschen überlegen, es ist ein bisschen her, ich nehme mir immer so ein paar Folgen am Stück auf, und dann kann es mal sein, dass die längere Zeit zwischen drinnen gar nicht dazu kommen, und dann auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, wo genau wir waren, alles klar, 60 FPS, 100, wie auch immer, ähm, ja, was genau machen wir jetzt, was haben wir denn überhaupt so für Zeug dabei, Kryptowährung, nee, wir haben den blauen Schlüssel, kann man den irgendwie auseinandernehmen, mit dem Werkzeug kann man die Luken aufschließen und öffnen, Schlüsselgriff, oh Gott, kombinieren, dem da, guck mal, da schon haben wir einen gelben Zugangsschlüssel, ach, herrje, da hätte ich ja mal früher drauf kommen können, ja gut, gelb ist da vorne, wo die Tante verschwunden ist, dann laufen wir doch da einfach mal hin, der ist so einfach ganz sein, weißt du, einfach mal ein bisschen Pause manchmal zwischendrin machen, und schwuppdiwupp, schon kann man noch bessere Ideen, fragt mich nicht, warum ich manchmal so schwer vom Begriff bin, das verzeiht, guck ich mir auch im den, mit der Surot und mit dem Talon zusammen das Egony Let's Play von mir an, und ich denke mir auch teilweise so, Alter, Vortex, lass es einfach, hör auf, ich will komplett vollidio zu benehmen, ja, 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 so, okay, Lüftungsluke, ähm, benutzen, äh, ist wieder blau, eben war es noch, gelb, ja, dann, äh, ja, rein da, ne, schön, easy. Oh, nein, sie ist auch so ein Traumjunkie, na, herzlichen Glückwunsch. Das ist das Mädchen, das ich auf der Straße gesehen habe. Sie steckt kilometertief in der Dreamtime. Was willst du? Geh weg, lass mich träumen. Könntest du dich bitte von dem Ding abkoppeln und mit mir reden? Ich kenne dich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich muss irgendwie zu ihr durchdrängen. Es würde helfen, wenn ich etwas mehr über ihre Beziehung zu Hannah wüsste. Ah, ganz großes Kino. Naja, gut, jetzt wissen wir, wie wir die Schlüsselleger benutzen können. Wir haben ja noch ein paar gelbe, theoretisch, die wir noch nicht, ähm, ich sollte mich eingewöhnen, in Richtung des Mikrofons zu gucken, wenn ich euch anschauen möchte, in Anführungszeichen. Normalerweise habe ich so die angewanderte, irgendwie nach rechts zu gucken, auf den Monitor, wo das hier läuft, oder wo sonst immer der Teamspeaker auf ist. Ähm, wir haben ja jetzt Gelbe Schlüssel. Das heißt, wir könnten theoretisch noch Mausteiger da hin. Zudem da. Äh, da oben ist nichts. Das heißt, wenn wir da hin wollen, müssten wir theoretisch rechts und dann die Treppung hoch. Oder runter. Äh, Scheißball ist immer noch zugegangen. Das ist wahrscheinlich so lange zugegangen, bis wir das ja rausgekriegt haben mit der Hanna und dem ganzen Spaß. Weil es ja kein optionales Ziel ist. Und jetzt wenn es ein optionales Ziel wäre, würde ich es so oder so erstmal irgendwie erfüllt haben. Einfach rein Interesse halber. Ja. Die selbst unter Blühmaschinen aussitzt wahrscheinlich keine gute Idee, weil ich glaube nicht, dass wir darüber eine Verbindung schaffen herzustellen zu der Person. Schlechte Gesellschaft. Neigen Sie unautomisierte Versammlung. Deswegen... Gehen wir hier rum? Nein, da kommen wir nicht dahin, wo wir hinwollen. Also immer komplett außen rumlaufen. Und jetzt wieder bilde ich mir das ein oder die Performance von dem Spiel seit dem letzten Grafiker, 3-Ber-Update, ein bisschen in den Keller gegangen. Das war mal besser. Oder ich habe irgendwas rumgefummelt zwischendrin mit den Einstellungen. Das kann natürlich auch sein. Wenn man so merkwürdige Force Vulcan Startparameter für die Unity Engine findet und sie natürlich erstmal überall ausprobiert. So Crowboy... Nein. Können wir da durch? Eine Folge zu leisten. Kein Widerstand. Keine Frage. Ja, diese Straßensperren. Die machen es eigentlich nur unnötig umständlich drum herum zu laufen. Um alles. So... Warum rausgehen toxische Luft ab? Naja, jetzt ist irgendein Grund. Ich bin einmal nur komplett umdunzlos im Kreis gelaufen. Ich bin einfach nur komplett umdunzlos im Kreis gelaufen. Und einfach direkt hier durchzulaufen. Ähh... Sowas meine ich. Sowas meine ich. Einfach komplett zu doof für irgendwas. Manchmal regt mich das einfach richtig auf. Also wenn ich mir einfach so komplett Banane durch den Gegend renne. Ja. Egal. Dann gehen wir halt jetzt hier hoch. Und schauen wir mal was wir da finden. Dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-dup. Muss es ja... noch mindestens ein so gelbes Ding geben. Bäh. Hm... Ich interessier grad mal was. Moment. Oh, der Tatsache. Der funktioniert auch. Lustig. Bei dem ist das Papier interessanterweise aber auch falsch rum. Okay. Ich hab grad zur Zeit einen Testweise. Einen zweiten Xbox-Kontrolle. Eigentlich aus dem Logitech-Kontrolle. Auch Xbox-Kontrolle. Äh... Am PC hängen. Weil ich was ausprobieren wollte. Oh. Nee. Da kommt... Saft... Äh... Da kommt Dampf raus. Hier hinten war doch noch einer. Ah, das war das Ding mit der klemmenden Luke, oder? Nee. Gar nicht. Das heißt, wir können... Da... Bab, 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 bab... Abby und Hannah forever. Abby und Hannah für immer. Das Mädchen mit dem pinkfarbenen Haar ist Hannah. Die andere muss Abby sein. Sieht aus, als wären sie gut befreundet. Und das helfen wir uns wahrscheinlich nicht weiter, deswegen... Das Werkzeug passt ins Schloss. Aber das Ding bewegt sich nicht. Ich glaube, die Luke ist zugeschweißt. Schloss und unsicher. Alles still. Ich höre nichts. Fühlt sich kühl an. Zugeschweißt. Ich glaube, das hier... Jetzt habe ich natürlich den Controller. Ich liege hinterherweise auf das Kabel von dem Aus gelegt. So, das hier oben war ja die kaputte Luke. Also die, die so ein bisschen offen war, wo wir nicht reinkamen. Das war das, wo wir den... Wo wir Fort Hanna gefunden haben. Da hockt die eine. Das Ding geht nicht auf. Dafür brauchen wir einen anderen Schlüssel. Gehen wir nochmal. Jans zurück. Sie halten den Verkehr auf. Gehen Sie weiter. Ich halte gar keinen Verkehr auf. Ich jogge an dir vorbei, du Trottel. Wieso... bin ich so umständlich gelaufen? Können wir das mal einer erklären? Koppel. Da stand das mal ganz kurz. Das Spiel. Ja, nee, keine Lust. Danke. So, Queenie können wir wahrscheinlich nicht nochmal, oder? Ich fürchte, Madame ist im Augenblick nicht da. Ich werde ihr sagen, dass sie vorbeigeschaut haben. Alles klar. Wir brauchen theoretisch... Das ist das Dreieckstück? Nein, das ist das, wo sie hockt. Vielleicht finden wir doch noch irgendwo einen anderen Aussatz, den ich jetzt eben übersehen habe. Aber eigentlich habe ich mich... Dachte ich auf den 2, 3 Meter gut umgeschaut. Vielleicht kann ich das hier ja benutzen, wie ich früher drauf kommen kann. Du bist eine Freundin von Hannah, stimmt's? Was? Auf dem Bild sieht es so aus, als wird ihr gute Freundin. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Jetzt geh endlich. Hannah ist in Schwierigkeiten und du musst mir helfen, sie zu finden. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wir sind nicht mehr befreundet. Was ist denn passiert? Sie wollte, dass ich aufhöre, die Dream Machine zu benutzen. Sagt, ich sei krank. Ich sei süchtig. Sie war meine beste Freundin. Mehr als das. Aber jetzt? Ich habe sie ewig nicht gesehen. Als ich sie das letzte Mal gesprochen habe, war sie nervös und hatte Angst. Warum hatte sie Angst? Das wollte sie mir nicht sagen. Sie hat bloß... Sie hat gesagt, sie müsste eine Weile verschwinden. Sie hat ihr Nest verlassen und sich ein anderes Versteck gesucht. Ich weiß nicht, wo. Ich glaube, sie hatte Angst, die würden sie loswerden wollen, wenn sie mit dem Job fertig sei. Wer sind die? Weiß ich nicht, klar? Ja, ich hab's ja schon gesagt. Seither habe ich sie nicht mehr gesprochen. Und du hast keine Ahnung, wo ich sie finden könnte? Vielleicht hat sie dir gegenüber irgendwas erwähnt. Einen Ort, wo sie sich verstecken könnte. Ey, hab ich ja schon gesagt. Nein, nein, ich... Es gab da noch ein Nest am Ende des Backsteinviertels. Sie hat mich da mal mit hingenommen. Dreieckschlüssel. Sie nannte es ihre Geheimhöhle. Niemand geht da rein. Man braucht einen anderen Schlüssel dafür, als für die anderen Schutzräume. Als sie nicht hingesehen hat, da habe ich mir einen Schlüssel geschnappt, der da rumlag. Falls ich mich mal verstecken müsste. Vielleicht ist Hannah ja dort. Aber ich weiß es ehrlich nicht. Bitte lass mich jetzt allein. Wo ist der Schlüssel? Ich habe keine Ahnung, verflucht nochmal. Er liegt hier irgendwo, ich weiß es nicht. Kann ich jetzt zurück in meinen Traum? Die Dream Machines, die sind gefährlich. Ich halte sie für gefährlich. Du solltest sie nicht benutzen. Was soll ich denn sonst machen in diesem Rattenloch? Jura studieren? Och, und jetzt verpiss dich in dein plüschiges Leben da oben und lass mich in Frieden. Totaler Junkie. Plötzlich hat sich die Dings wieder auf. Eben ist aufgefallen, dass sie die Maschine an die Seite liegt. Entweder ist sie darunter gefallen, theoretisch, oder sie hätte daneben liegen müssen. Aber nirgendwo war sie zu sehen. So, also finde in Abys Zimmer das Lüftungsding. Ja. Hier ist nichts drin. Kiste leer. Da ist es ja. So, auf die Idee mit dem Foto, der ich direkt kommen könnte. Aber ich dachte, ich muss hier irgendwie trinkern, dass die da rauskommt. Und ich dachte, wenn ich so ein Foto vor die Nase halte, das sieht die ja nicht. Aber hat ja anscheinend funktioniert. Deswegen wollte ich es halt anfänglich nicht ausprobieren. Naja gut, guck mal so. Da habe ich schon fast ein bisschen Fortschritt gemacht. So, okay. Also, jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Wir gehen da rüber. Wir untersuchen das Ding. Wir nehmen es auseinander. Wir kombinieren das da mit dem da. Und laufen den Krankengang hier runter. Genau. Die Straße hier runter. Du, 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 Backsteinviertel. Du, 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 leck. Jedes Mal weil er diese Sounddateien anscheinend hält, dann hängt er ganz kurz. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und ich weiß, dass das mit der Linux auch ohne weiteres funktioniert, dass man die streamt, ohne dass das ganze Ding dann direkt hängt. Na gut, wir schauen mal, ob wir Hela da hinten finden. Und, äh, ja. Bin mal gespannt, was sich da noch so alles rauskommt. Und die eine da hat eher geredet, als wenn sie besoffen wäre, als wenn, als wenn sie einen Junkie wäre. Also, ne Junkie schon dabei, wie so ein besoffener Junkie. Verstehste? Oder, als wenn sie halt Hardcrack-Into-Set oder sowas. Ne, weiß ich schon. Ne, weiß ich auch nicht, kann ich mich jetzt auch nicht mit aus. So, gehen wir mal runter, mal schauen, wer wir hier finden. Hoffentlich ja Hannah. Ansonsten geht die Schnitzeljagd noch eine ganze Ecke weiter. Das wäre ein bisschen ätzend. Oh. Hau ab, Verflucht nochmal. Bist du... Oh, sachte, tu das Messer weg. Wer bist du? Was willst du hier? Das Beste, was ich jetzt machen kann, ist ruhig bleiben und ihr sagen, wer ich bin. Ich sollte ihr sagen, was ich hier will. Ich meine, sie hat ja keine Ahnung, wer ich bin. Ja gut, so, ihr hilft ja nichts. Queenie kann sie ja was mit anfangen. Also, was machen wir mit Queenie? Ich hoffe, sie hat dann nicht einfach direkt schreiend weg. Queenie schickt mich. Queenie? Wieso? Sie macht sich Sorgen um dich. Saki, sie braucht sich keine Gedanken zu machen. Saki, mir geht's prächtig. Und jetzt raus mit dir. Ah, da. Ich kann Queenie nicht einfach sagen, dass es dir prächtig geht. Sie wird Fragen stellen. Sie will wissen, ob... Mir geht's gut. Ehrlich. Abby sagte, Hannah habe Angst, sie laufe weg vor etwas. Ich glaube, es geht ihr gar nicht gut. Ich glaube ihr nicht. Es muss einen anderen Weg geben, zu Hannah durchzudringen. Probieren wir mal die Abby-Schiene. Wobei, die beiden sich ja auch nicht gut zu mögen scheinen, aber... Fragen wir mal was. Wenn's dir gut geht, warum läufst du dann weg? Wer sagt, dass ich weglaufe? Abby. Sie hat mir erzählt... Abby. So hast du mich also gefunden. Sie hat geplappert, diese... Diese Dupa. Sie war schon immer schwach. Ich habe ihr kaum eine Wahl gelassen. Ich musste dich finden. Sie wird es niemandem sagen. Sie macht dauernd Stress und sie ist süchtig nach der Dream Machine. Du fehlst ihr wirklich. Ich bin nicht für sie verantwortlich. Wir sind nicht... Ich bin nicht ihre Freundin. Nicht... Ich bin nicht gut für sie. Bei mir ist sie nicht sicher. Man wird ihr wehtun. Wieso? Wer ist hinter dir her? All diese Fragen. Wer bist du gleich wieder? Zoe. Castillo. Aha. Und was geht dich das alles an, Zoe Castillo? Für wen arbeitest du? Für niemanden. Im Ernst, Schluss mit der Paranoia. Queenie wollte, dass ich dich suche. Sie macht sich Sorgen. Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Du solltest das zu schätzen wissen, dass es in deinem Leben Leute gibt, denen du etwas bedeutest. Meiner Erfahrung nach wollen die meisten was dafür. Vielleicht wärst du überrascht. Unterschätze die Leute nicht. Überschätze die Leute nicht. Ach. Schau mal. Ich hab da so Zeugs gemacht. Ein Job. Einen gefährlichen Job. Für ein paar sehr gefährliche Leute. Und jetzt muss ich aufpassen. Dann lass dir von uns helfen. Du kannst mir nicht helfen. Queenie kann mir nicht helfen. Keiner kann das. Wenn sie mich finden... Du hast echt keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast, oder? Und die hält keiner auf. Klar? Also lass mich jetzt in Ruhe. Ob sie vor Mr. Landen wegläuft? Er ist der Boss der kriminellen Unterwelt von ProPast. Er könnte damit zu tun haben. Klingt logisch, aber es könnte auch das Ei sein. Vielleicht ist das Ei hinter ihr her. Die wissen bestimmt von Hannas Gang. Und die passt ihnen sicher nicht besonders. Ich vermute eher Mr. London. Deswegen würde ich eher nach Mr. London fragen. Ach, das Ei nach dem Ei. Ich bin Mr. London selbst schon begegnet. Ich weiß, der ist ziemlich gruselig. Mr. London? Nee, ist klar. Gruselig. Die Leute, vor denen ich mich verstecke, sind viel schlimmer als London. Genug geredet. Geh jetzt zu Queenie, sag ihr, sie soll sich keinen Kopf um mich machen. Ich glaube nicht, dass das reichen wird, um sie davon abzuhalten. Na schön. Sekunde. Gib ihr das. Sag ihr, ich habe ihre Nachricht bekommen. Du hast deinen Job erledigt und sag ihr, ich arbeite dran. Diese Bilder in deinem Raum. Hast du die selbst ge... Du warst in meinem Nest? Ich war auf der Suche nach dir. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, bei mir zu Hause einzubrechen. Suka. Die Zeichnungen sind von mir. Wieso? Ich kenne, was sie zeigen. Aus Träumen, Visionen. Schau mal, ich weiß, es klingt verrückt und ich kann es nicht erklären, aber... Sie stammen aus Träumen. Aus meinen Träumen. Und nein, ich benutze keine Dream Machine. Ich habe bloß komische Träume. Warum haben wir die gleichen Träume? Woher weiß ich, dass du nicht lügst? Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Hau doch ab. Ich... Schon gut, okay. Ich bin eher hartnäckig, ne? Bitte geh, bevor dich jemand hier sieht. Hannah will, dass ich mich verziehe. Gut, dann gehen wir. Andere Möglichkeit haben wir ja anscheinend nicht. Warte. Warte. Okay, was gibt es, Hannah? Stimmt das? Mit deinen Träumen? Ich erinnere mich nur an einen Traum. Aber es hat viele andere gegeben. Ich... Leide unter Amnesie. Aber mein Gedächtnis kommt langsam zurück und... Deine Zeichnungen... Ich habe diese Bilder schon mal gesehen. Mit eigenen Augen. Das kann kein Zufall sein. Ohne Zufall, keine Geschichte. Zoe, richtig? Zoe Castillo. Ich denke drüber nach, was du gesagt hast, Zoe Castillo. Wenn ich glaube, dass es wahr ist, komme ich zu dir. Und jetzt musst du wirklich gehen. Ich habe zu tun. Und man sollte dich nicht hier unten bei mir sehen. Hier ist es nicht sicher für dich. Alles klar, wir gehen ja schon. Okay, schade, ich hätte gehofft, dass jetzt noch irgendwas total Fancyes kommt. Aber gut, dann müssen wir wohl hoffentlich da oben nicht gleich wegrennen und gehen uns auf die Fresse. Das ist ja ein bisschen unproktisch. Das ist ja ein bisschen unproktisch. Montag.